Ja! Ja! Pace? Pace, bist du da? Klassik. Na endlich! Rate mal, was ich rausgefunden habe. Isabel Kruger ist nicht Gabriel Krugers biologische Tochter. Er hat sie adoptiert. In Wahrheit heißt sie Catelyn Connors. Dein Name ist doch auch Connors, oder? Was denn? Ja, ist er. Ich muss mit ihr reden. Aber ich dachte, deine Schwester ist... Tut mir leid. Isabel Kruger ist also deine Schwester, Faye. Das wird dir einmal in der Samstag. Ich habe dir die ungefähre Position von Kingdom geschickt. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Plastic. Faiths Freundin. Ich hätte nicht gedacht, dass Faith Freunde hat. Hast du aber? Faith, ich gleiche die Position mit den Stadtplänen ab. Ich habe bestimmt was für dich, wenn du mit Isabel gesprochen hast. Äh, mit Catelyn meine ich. Du hast Zugang zu sämtlichen Stadtplänen. Wir sollten irgendwann mal Geschäfte miteinander machen. Und Faith, deine Schulden wachsen immer weiter an. Sorg dafür, dass du lange genug lebst, um sie zurückzuzahlen. Ich melde dich wieder. Ich melde dich wieder. Ich melde dich wieder. Was ist das? Das war's für heute. Hey, dude, komm hier. Hey, dude, komm hier, komm hier, komm hier, komm hier, komm hier. Komm hier, komm hier, komm hier. Hey, ich bin hier drüben. 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 Isabel Kruger ist deine Schwester. Ja. Ja, ist sie. Bitte, Icarus. Ich traue Rebecca nicht. Hol ihn da raus. Mach ich. In Ordnung. Danke. Ich bin bald zurück. Plastic. Hier ist eine riesige Schutztür im Weg. Oh. Warte kurz. Tadah. Wow. Du bist wirklich der Geist in der Maschine, Plastic. Die verbrauchen außen jede Menge Strom. Ganz zu schweigen von den Datensturben. Die Frequenz muss erinnern, denen der neuen Sicherheitspost ist. Da muss irgendeine Verbindung bestehen. Ich habe mir die Reflection Planner nochmal genauer angesehen. Einige der zu gruseliegenden Algorithmen sind älter als ich. Und sie sind wunderschön. Mir geht es wirklich tief runter, Plastic. Das habe ich doch gesagt. Was auch immer da unten ist, das Konglomerat will definitiv nicht, dass irgendjemand es entdeckt. Ich bin da. Es ist gewaltig. Hey. Hey. Hey.